Der VSS ist, wie hier schon steht, deine Stimme im Bundesbern. Er setzt sich viele Studierende-Anliegen ein und betreibt quasi Lobbying-Betriebe für studentische Anliegen im Bundesbern. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Studierende-Anliegen sind, die Studierende-Anliegen sind, für die Studierende und die Studierende in Svizzera können, damit alle Studierende studieren können. Ich finde, dass es wichtig ist, dass die Studierende Teil der Erasmus-Anliegen sind, die Studierende-Anliegen haben, sodass die Studierende mehr Möglichkeiten haben, an internationaler Ebene zu lösen. An diesem Punkt empfehle ich euch, auf unserer Webseite www.erasmus-ch.ch Der VSS sollte viel präsenter sein bei der Politik generell, um seine Meinung effektiver darzulegen. Und inhaltlich wäre ich dafür, dass der VSS vor allem die Chancengleichheit einsetzt, auf mehreren Ebenen, als sei das für die Geschlechter oder sozioökonomisch, weil das eigentlich die Grundlage ist von unserer meisterischen Position. Das ist wichtig, dass wir unsere Struktur noch erhöhen wollen. Wir müssen jetzt die VSS vorangehen, Hochschulvereine in anderen Ländern endlich Sitze in Bildungsposten haben, Bildungsministerien und einfach da auch mehr Vertretung haben. Das heißt, wir brauchen wirklich eine strukturelle Umänderung, dass wir mit SchülerInnen und Studierenden einfach alle da mal einen Sitz haben und dort unsere Position direkt an die, die politische Entscheide machen, direkt wenden können und dass wir sofort immer auch konsultiert werden, wenn wichtige und auch langfristige und mittelfristige Entscheidungen durchgeführt werden.